Hallo meine Freunde, kurz erwarten wir uns in den Post. Wir begrüßen in dem Video meine Freunde, neue Rapper Kriegmann. Katja Krasovitz schreibt einfach an Shirin David Mann, gibt's da Streitereien oder was? Also von den beiden finde ich Shirin ein bisschen talentierter, weil Katja es geht. Wenn man überlegt, dass es einfach nur durch Nacktheit ein bisschen bekannt wurde, ist irgendwie bei Shirin ein bisschen mehr Talent. Okay, auch wegen Nacktheit ein bisschen. Aber wenn es jetzt zum Battle kommen würde, ich denke mal, dass Shirin die bessere Schreiberin hätte. Die hätte ja bessere Ghostwriter als Katja. Da oben ist die Frage, ich würde 1 zu 0 an Shirin geben. Was würdet ihr meine Freunde? Sagt Bescheid in die Kommentare damit. Verdammt nochmal. Aber vielleicht kann Katja auch aufholen. Katja schreibst du selbst. Musst du mal sagen, ob du selbst schreibst oder ob du dir schreiben lässt. Das ist natürlich auch die Frage, verdammt nochmal. In deiner Nachricht war es ja nicht so, dass du hier die Rapper Königin sein willst. Kannst du hier die Rapper Königin sein, wenn du das willst. Dann musst du dich auch mit Lori Dahn und diesem ganz anderen Rapper, mit Babmod J, auch auseinandersetzen. Wenn du der King sein willst. Okay meine Freunde, das war das Video von Nudel zum Boss. Aber ich nur ein Like, nicht vergessen meine Freunde. Bis zum nächsten Mal meine Freunde.